Dienstag ist wie so oft auch der sogenannte Jalentag. Ich darf euch herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Wie schon viele von euch mitbekommen haben, erscheinen am 15. November 2019 die beiden Editionen Pokémon Schwert und Schild. Natürlich werde ich mir auch eine Edition davon zulegen und euch in der Zukunft darüber berichten. Doch heute geht es nicht explizit um die beiden heißersehnten Editionen. Es geht viel eher um die zweite Generation. Ich möchte mit euch eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, was mich besonders als Kind sehr stark geprägt hat bei dieser Pokémon-Reihe. Hier kommen alle Nostalgie-Diebhaber wirklich auf ihre Kosten. Los geht's! Ach ja, erst vor einer kurzen Zeit habe ich meinen zweiten Ohrn erhalten und das quasi mit links. Danach habe ich den gefährlichen Steineichenwald durchgehört und so einige fiese Insekten-Pokémon getroffen. Puh, nach so vielen Erlebnissen bin ich jetzt nun in Tukatia City angekommen. Hört ihr diese wunderbare Musik? Einfach ein Traum. Könnt ihr den ganzen Tag mit zum... Da kommen gleich die Nostalgie-Erinnerungen hoch? Ach, hoppla, was haben wir denn hier? Die berüchtigte Arena in Tukatia City, wo jeder Trainer Angst hat, sich gegen die Arena-Leiterin zu behaupten? Ach, Papa-la-papp, wer kann mir schon das Wasser reichen? Bis jetzt war alles ein Klacks. Meine Pokémon sind unbesiegbar, ich nehme es einfach mit jedem auf. Haha, die Trainer in der Arena einen Klacks. Ist heute der erste Tag, wo ihr gegen andere Pokémon kämpft, dass ich nicht lache. Komm bloß her, Arena-Leiterin, sei auf was gefasst. Jetzt stehe ich genau vor dir, ich werde dich fertig machen. Tch, ha, ha. Pipi, dass ich nicht lache. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast doch bloß Glück mit deinem Metronom. Tch, ha, ha. Oh, oh, Meltang erscheint. Aber du hast keine Chance gegen meine Pokémon. Dein Meltang werde ich es schon zeigen. Äh, Meltang setzt Walzer ein. Oh, oh. Äh, Tauboga, nein! Igellava, nein! Mein armes Igellava wurde auch weggewalzt. Und mein Togipi ganz zu schweigen. Oh nein, ich bin chancenlos. Ich meine, warum um Himmels Willen hat ihr Meltang zur damaligen Zeit solche OP-Attacken wie Walzer und Milchgetränk drauf? Genau Milchgetränk, die ihr OP-Meltang auch noch heilen tut. Verdammt nochmal! Was wird denn jetzt aus meinem Traum, der größte Pokémon-Meister zu werden? War ich so blind? Ich kann doch jetzt nicht meine Reise schon so schnell abbrechen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich schmiedete neue Pläne. Ich fing mir einen Hopspross, trainierte es so lange, bis es Schlafpuder erlernt. Danach setzte ich Rauchwolke ein, um Milchangs Genauigkeit zu senken. Und was blieb zum Schluss? Genau, ich fing mir einen Zubat, entwickelte es zu Golbat und mit Konfustrahl in Kombination mit Schlafpuder und Rauchwolke ist Milchang Chancenlos. Na, was ist denn Meltang? Isst dein Milchgetränk schon alle? Ich bin jetzt nun der stolze Besitzer vom Basisorden. Ich hab's geschafft! Was zur Hölle? Ich hab mir den Arsch aufgerissen und bewältigte deinen scheiß Meltang und du flennst und rückst nicht meinen verdienten Orden raus. Naja, schlussendlich konnte sich Bianca zusammenreißen und wir sind stolzer Besitzer vom Basisorden und können unsere Reise nun fortführen. Schließlich haben wir die stärkste Trainerin im Spiel besiegt und das meine ich wirklich vollkommen ernst. Ob ihr mir glaubt oder nicht. Puh, genug Aufregung für heute. Na, wie fandet ihr so dieses Format? Also ich hatte wirklich viel Freude am Drehen des Videos. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr noch mehr Nostalgie-Reisen in Bezug auf Pokémon euch wünscht, hinterlasst mir einen Daumen da. Erzählt mir doch von euren besonderen Erlebnissen aus der zweiten Pokémon-Generation. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, euer Jalen. Bis zum nächsten Mal, euer Jalen.